leute seit vier jahren habe ich die verlinkung zu twitch auf youtube und seit vier jahren hat sich dann hier nichts mehr geändert an diesem kanal bis vor etwas über einer woche ja 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 es passiert was es passiert was und das sogar täglich täglich sind wir im daily run heute etwas später als normalerweise 11 30 habe ich jetzt mal gesagt machen wir den daily run ansonsten bin ich total offen wir hatten jetzt zweimal eine sehr lange nacht mit mars effect das nächste mal gibt es da ein cut ja wirklich wir hatten immer als wir hatten out there wir hatten steht jetzt hier gerade nicht jurassic park revolution sehr kompliziertes spiel und gestartet hatte ich mit frostpunk so das heißt es passiert was ich würde mich freuen wenn ihr herkommt und mich besucht und wir starten das ganze jetzt heute abend mit einem willkommen auf twitch community spiele abend fanfaren gehen hoch trommelwirbel wir starten mit pummel party dieser name ich könnte mich immer noch beömmeln aber wir könnten dann auch danach wie auch immer immer uns zusammenspielen oder auch vor guys also alles was das herz begehrt auf was wir lust haben ich weiß die ankündigung kommt jetzt etwas spät by the way wir machen 21 uhr aber hier steht ja besser spiel als nie und wir können das ja auch immer noch mal machen so ist es ja nicht aber heute herzlich willkommen synovia unterstrich xs auf twitch ich freue mich auf reichliches erscheinen von eurer seite und wenn ihr das jetzt zu spät dann seht ich meine könnt ihr natürlich immer noch danach reinkommen gar kein ding wenn ihr es erst morgen seht oder sonstiges ja schaut trotzdem vorbei oder ansonsten sehen wir uns hier weil heute ist nicht alle tage ich komme wieder keine frage bis später hoffentlich du und du guckst